Hallo und herzlich willkommen in meinem Musikzimmer. Bei den Kommentaren zur Musette von Johann Sebastian Bach schreiben einige von euch, die Musette wäre zu langsam. Na, wenn es euch besser gefällt, dann spiele ich sie eben ein bisschen schneller. Kommt her an die Tasten! Und wem die Geschwindigkeit noch nicht reicht, wer es noch schneller spielen kann, schreibt es unten in die Kommentare und verlinkt es. Ich sage für heute Tschüss, bis zur nächsten Musikstunde.